Advent-Kalender Servus, ich möchte heute zeigen, wie wir unseren Advent-Kalender befüllen. Dazu gehen wir in ein Spielzeuggeschäft und ich schaue nach, welches von den Spielzeugen, die besonders gut gefallen und teilbar sind. Zum Beispiel heuer ist es so eine Google-Bahn, die hat er besonders gerne, kombiniert sie untereinander, alle möglichen Produktwahlen. Vor Jahren habe ich schon so kleine Säckchen genäht mit Nummer drauf, da gebe ich die hinein. Und hier ist sie dann an einer Schnur auf im Haus. Ich habe auch schon kleine Süßigkeiten reingegeben, wie zum Beispiel die Koffer-Koffe. Oder, was man auch machen kann, ist jetzt, ja, mit den heutigen Zutaten sogar schon Hochkostschokolade. Was ich auch schon gemacht habe, waren kleine Duftöle. Da haben wir dann gekochen, ist das Zimt oder Orange. Und was auch sehr nett war, wo er ganz ein kleiner war, habe ich frische Früchte reingegeben, aber immer nur am Abend davor. Also die haben zuerst wie voll ausgesehen, aber wirklich die Überraschung habe ich am Abend davor reingegeben. Und wann dann allerlei Früchte, die er noch nicht gekannt hat oder dir gekannt hat, und das war auch immer ganz spannend für ihn. Ich wünsche dir eine schöne Adventszeit. Servus!